Ja, deswegen mache ich sowas nur am Handy und locke mich gar nicht in Facebook ein am Rechner. Und Tor. Ich reg die bestimmt langsam auf. Habt ihr jetzt eigentlich euren 2-on-2-Rank bekommen? Wer? Ihr beide? Ja, ich spiel nicht mit ihm 2-on-2. Der spielt auch mit seinem Kumpel. Ihr habt gestern 2-on-2? Nö, wir haben mal Wumble. Okay, also nur so. Ja, mit Bobby zusammen. Oh, okay. Bobby wäre da interessant gewesen, 3-on-3. Nö. Ja, okay. Manchmal hat er aber ein Tor schon geschossen und so. Ja, doch. Also das eine Spiel, wo er über 400 Punkte gemacht hat, das war schon... Ja. Das war Hammer. War jetzt nett. Kann ich es richtig sagen? Das eine Spiel, wo er das erste Mal 400 Punkte gemacht hat. Naja, ihr weißt, wie viele Games der schon mit 0 Punkten geendet hat? Hammer. Echt? Ja, übel. Äh, lol. So habe ich das noch nie geschafft bei Rocket League. Noch nicht mal das erste Spiel. Ne, ich auch nicht, weil du brauchst ja nicht mal den Ball wirklich anberühren. Durch irgendwas kriegst du eigentlich immer Punkte. Ja. Weil der hat es echt schon mehrmals geschafft. Game mit komplett 0-0-0. Boah, was? Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Wie ich denn da Luft weggesprengt habe. Ja, ein Zentimeter ohne Spielball. Ja, ein Zentimeter ohne Spielball. Das war Teamplay. Wir waren alle drei am Ball. Ja, das gibt's nicht. Ja, das gibt's nicht. Genau, und am Ball durch. So ein Wichser, der rennt für mich weg. Dafür hat er das Karma. Das Karma. Hat zugeschlagen. Der hat mich voll weggeboxt. Das war's. Nein, die stehen zu zweit Alter, zum Glück Ganz zum zweit, genau in Dumball Oh, was Oh, Alter, Ritchie Hammer Der war knapp Der war auch sehr wichtig Ja Und ich bin wertvollster Spieler mal Tismanassas Okay Ich muss hinschreiben auf Deutsch, bitte